Ich begebe mich in die Schlacht. Oh, Seminar! Hier ist wieder ein Nindo-Freak. Ich drehe mich ja dezent in die 3D-Perspektive, um schockierend festzustellen, dass da noch mehr Zeug ist, was mich umbringen will. Ja, klappt fast immer. Ich benutze das jetzt. Und, und, und? Kebams. Yay, Knobber heißen die Dinger. Also, wir haben hier einen Fernseher, der einem Ding vorgibt, zu sagen. Ein Lagerfeuer. Was es auch ist. Wir gehen einfach nicht hier rein, weil wir es nicht können. Und hier auch nicht. Was ist das dann hier? T.B. verrat uns. In diesem Video wird etwas an einem Ort verbrannt. Ein Video. Mit 1, 2, 3, 4, 4 Bildern. Auch wenn es 5 sind, aber es sind 4, weil es das eine sich wieder... Wir gehen einfach mal hier rein. Oder kommen wir da her? Ich bin mir nicht sicher. Wir stärken eh von daher. Ich benutze jetzt mit voller Absicht Platte. Weil ich es kann. Wieder so ein Video, in dem ein Mensch untergeht. Wollen Sie uns damit sagen, dass ich hier runterspringen soll, um zu schwimmen? Oder heißt das überhaupt, dass ich überhaupt schwimmen sollte? Auch schon da? Wenn ich jetzt wüsste, wer das ist, dann könnte ich... Ich hasse die Warterei. Zahlt mich dieser prächtige Kerl, was hat warten lassen. Ihr wollt mich wohl aus der Ruhe bringen, was? Wollt... Wollt wohl betrügen? Wie? Aber nicht mit mir. Habt ihr geglaubt, das funktioniert bei mir? Ich fürchte, diese Person ist furchtbar fehlgeleitet. Fehlgeleitet. Haaaah! Bargel, Fargel! Fehlgeleitet? Das ist wohl... Das ist nicht einmal ein... Ein richtiges Wort! Und jetzt Schluss mit dem... Kneife! Wir regeln... Wir regeln das jetzt! Ein für allemal! Wie oft willst du dir noch beweisen, dass du nicht gewinnen kannst? Mach es dir und uns einfach und gehe zur Seite. Ha 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 ha! Große Sprüche für so einen kleinen... Flattermann! Dafür schreibt mir jemand eine Entschuldigung. Und dein Köpfchen ist der Stift. Sei gegrüßt, O'Clock! So treffen wir uns wieder, wie zwei alte Wikinger auf einem sturmgepeitschten Langboot. Was willst du denn, Dimensio? Ich brauche keine Hilfe, du bist mir im Weg! Ich entschuldige mich tausendfach. Es ist sicher nicht mein Anliegen, irgendwie oder irgendwem im Weg zu stehen. Ich bin hier lediglich zufällig vorbeigekommen und wollte schnell Hallo sagen. Du sagst nur Hallo? Gewiss! Ich dachte nur, meine Magie könnte dir in diesem Kampf vielleicht helfen. Du kannst beruhigt sein. Kämpfe ruhig, solange wie du willst. Ciao! Hm, vielleicht... Vielleicht habe ich den schrägen Vogel auch nur falsch verstanden. Naja, egal. Jetzt seid ihr erst mal dran. Zeit für den neuen und besseren O'Clock! Mit zwei KP! Hey! My Bidi, My Bidi! Oh, wir haben fünf... Wir haben fünf Damage gemacht! Ja, ich bin duckend gesprungen. Ich bin extrem tot. Ich bin extrem schlau, wollte ich sagen. Aber jetzt bin ich extrem tot. My Bidi, Didi, 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 Didi! Yay! Titelpitcher! Letzter Speicherort! Die Fangkarte ist weg, habe ich recht. Karten. Okay, ich wüsste jetzt nicht, wo ich den finden könnte. Aber, das sehen wir... Aber, Vorsicht! Das sehen wir ja, wenn wir die Karten benutzen. Ja, das ist jetzt Deja-Vie. Das Video startet jetzt jedes Mal von meinem. Oh, Seminar! Nein, nein. Hallo? Würdest du... Yay! Also, ich brauche definitiv... Irgendwas, was mich nicht töten will. Ich sehe keinen Sinn, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Ich habe mir das Headset vom Kopf gegessen. So, ähm... Machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich kann... Sinnlos rumrennen, in der Hoffnung, dass ich Items finde. Okay, ich renne als Platte. So viel steht schon mal fest. Wir trappen wolltest du mich trappen! Wie soll ich da jetzt, bitteschön? Ja, komm, geh einmal vorbei. Ui. Hey, wach auf! Ey, ey, langsam, Kumpel! Kann ich hier runter? Nein! Wieso hasst mich ja alles? Wieso hasst hier mich alles? Wieso hasst hier mich alles? Ui. Ui. Habe ich hier meine... Man kann hier in den Hintergrund sehen. Interessant. Ja, hier waren unsere Super Jumping Skills. Ich bin... Einfach... Reingeflogen. Ich will wissen, was ich hier tun kann. Also fest steht definitiv, dass mir nichts anderes übrig bleibt. Sag mir das hin... Nein. Ich dachte, da wäre irgendwie ein versteckter Block oder so. Das wäre sehr günstig gewesen, dass da dann eine Idee draus kommt. Das ist jetzt scheiße. Das finde ich sehr scheiße. Finde ich verdammt scheiße. Yay! Das macht Schaden. Mö, 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 mö. Was heißt das? Schwimmen. Warum? Da vorne ist irgendwas. Das will da einen ohne... Ah, 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 ah. Sieht Yoshi-mäßig aus. Ich will da hin. Kann ich skippen? Ja, mit einem KP nützt uns das nichts. Ich muss einfach sorgfältiger sein. Sorgfältiger? Irgendwo schmiedet irgendwer an einem irgendwas und irgendwie ist irgendwer gestresst. Ja, französische Musik. Okay, gucken wir mal, wie wir ihn am besten so besiegen. Gute. Gute. Komm her, Tippy. Da. Das ist The Clock. Er ist der Mann fürs Grobe im Lager von Graf Knickwitz. 40 KP, Angriff 2. Er kann dich packen und umherschleudern. Bist du in Reichweite, packt er zu. Bleib also besser auf Distanz. Allerdings kann dir, wovor willst du dabei helfen, es ihm mit gleicher Münze, Münze heimzuzahlen. Finde ich jetzt ein bisschen doof, dass... Wir nehmen jetzt Bowser. Oh mein Gott. Finde ich jetzt cool. Ich hätte gerne Wurfelwitz. Nein! Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt... ...wie ich hier jetzt weitermachen soll. Ich werde Offscreen am besten mal ein bisschen tüfteln. Äh... Das ist auch eine Idee, dass ich vielleicht... Nein. Nindo, Nindo, wow. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten mache. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwie Items sich cheaten kann oder so. Geht nicht, ne? Wenn man tot ist, ist man tot. Das ist das Problem an diesem Spiel. Bei den Angriff, ja, das kann ich dann gut gebrauchen. Ja, tausend Punkte Fangkarte. Hm, mir bleibt wohl wirklich nichts anderes übrig. Rezepte. Hätte ich gerne, ja, bitte. Ach, K.P. Da ist jetzt lauter Essen. Schön. Schön. Das ich gebraucht könne. Kapitel. Toll. Kann ich mich da hin porten? Das wäre cool. Ich will mich da hin porten. Ich will mich da hin porten. Porten. Okay, es geht nicht. Also wie gesagt, ich tüftele Oviscreen. Was sich hier machen lässt. Sonst stecke ich ja. Dann habe ich ein dickes Problem. Dann kann ich Oviscreen so lange spielen, bis ich endlich mal irgendwie was schaffe. Naja. Wir sehen uns irgendwann wieder. Das klingt so negativ, so als ob ich gar nicht mehr komme. Ja, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich es Oviscreen irgendwie geschafft habe, diesen Boss zu besiegen oder irgendwas ähnliches. Ja, nee.